Liebe Leute, leider kann ich heute nicht dabei sein bei der Pressekonferenz. Wir sind schon in Sachen Deutschland nur fleißig unterwegs. Ich habe mir schon viele Strecken angeguckt. Mecklenburg-Vorpommern, da sind wir diesmal. Das ist ein Land, wo andere Leute Urlaub machen. Da werden wir dieses Jahr starten. Das ist für mich Neuland. Da bin ich nie selber Radrennen gefahren. Aber ich habe viel Unterstützung bekommen, nicht nur von André Greifel, sondern auch von euch. Und ich hoffe, dass ihr mir weiter Tipps schickt und ich freue mich auf eurem Sendung. Bis dann. Ciao.